Die Polizei in Niederösterreich sucht drei Männer, die Ende Mai in Fösendorf zwei Männer im Alter von 29 und 66 Jahren brutals niedergeschlagen haben sollen. Der 66-Jährige verstarb jetzt im Spital. Gesucht werden die serbischen Staatsbürger Sasa K., Milovan D. und Sasa J. Die drei Männer im Alter von 25 bis 46 Jahren stehen im Verdacht am 29. Mai in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken, die beiden Männer aus dem Bezirk Müldling im Zuge einer Streitigkeit bei einer Feier zusammengeschlagen zu haben. Laut Informationen der Krone soll es dabei um einen Streitzweier verfeindeter Familien gehen. Die Serben verletzten ihre Opfer, Vater und Sohn, mit wuchtigen Faustschlägen und Fußtritten im Gesicht und am Oberkörper schwer. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die Schläge ergriffen daraufhin mit einem Fahrzeug die Flucht. Die Opfer wurden in die Landeskliniken Wiener Neustadt bzw. Mödling gebracht. Am Donnerstag verstarb der 66-Jährige infolge seiner schweren Verletzungen. Die Fahndung nach den drei Verdächtigen läuft auf Hochtouren. Es wird wegen Verdachts des Mordes und der absichtlichen schweren Körperverletzung ermittelt.